Moin Leute und herzlich willkommen bei Nilsson1489. In diesem Video möchte ich euch das Rode Procaster vorstellen. Das ist ein dynamisches Mikrofon und wir schauen uns in dem Video an, was das Ding denn so alles drauf hat. Ihr wollt regelmäßig neue Videos rund ums Thema Streamen oder Aufnahme für YouTube sehen? Dann abonniert den Kanal. Wenn ihr den Kanal abonniert, vergesst nicht die Glocke zu klicken, damit ihr auch jedes neue Video direkt als Benachrichtigung bekommt. Ich wurde nun schon öfter nach einem Review von diesem Mikrofon gefragt. Also alles, was in diesem Video zu hören ist, wurde auch mit diesem Mikrofon aufgenommen. Das heißt, die ganze Zeit spreche ich durch dieses Mikrofon. Ich habe keinerlei Filter drauf, kein Kompressor, kein gar nichts. Es ist das nackte Mikrofon direkt an einem Focusrite 2E2 Interface, was ungefähr bei 75% Gain läuft. Das Rode Procaster wird auch von anderen YouTubern, Streamern benutzt, unter anderem Gronk oder auch Herr Newstime. Da wird das Mikro auch eingesetzt. Da kennt ihr das Ganze auch schon her. Ich persönlich habe das Mikrofon auch für knapp zwei Jahre genutzt, habe das Mikrofon auch noch hier und benutze es auch. Bin selber auf ein anderes Mikrofon gewechselt, weil ich noch ein paar andere Sachen vorhatte. Aber wir schauen uns das Mikrofon mal an. Das Ganze ist ein XLR-Mikrofon und dynamisch bedeutet, es braucht keine Phantomspeisung. Aktuell könnt ihr das Mikrofon für knapp 146 Euro bei Amazon kaufen. Wie schon gesagt, wird das Mikrofon einem Scarlett 2E2 Audio Interface betrieben mit ca. 75% Gain. Das liegt einfach daran, dass es ein dynamisches Mikrofon ist, was keine Phantomspeisung benutzt und das braucht nun mal ein wenig mehr Gain. Zu diesem Mikrofon kann ich dann auch empfehlen, und das gilt auch für alle anderen dynamischen Mikrofone, zum Beispiel einen Cloudlifter CL1 zu benutzen. Das ist ein kleines blaues Gerät, was man einfach zwischen Mikrofon und Interface oder Mischpult steckt und den Gain um 25 Dezibel erhöht. Ich habe das Ganze hier auch mal ausprobiert und dann brauchte ich auch nur noch knapp 25% Gain am Audio Interface. Alle Geräte, die ich hier nun nenne und auch nutze, also das Rode Procaster, das Focusrite 2E2 sowie das Cloudlifter CL1 sind in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr draufklicken, dann findet ihr das Ganze auch. Das ganze Mikrofon ist komplett aus Metall, also ist auch etwas schwerer, es wiegt knapp 700 Gramm ungefähr, ist sehr, sehr, sehr massiv qualitativ, fühlt sich das auch wirklich gut an, also sehr gut verarbeitet. Und vor allem, was auch wirklich cool ist, das Teil hat einen integrierten Popschutzfilter, der ist nicht so gut. Ihr hört, wenn ich so ein bisschen Puppe mache, dann hört ihr das auch. Aber man kann das Mikrofon theoretisch ohne Popschutz betreiben. Wer möchte, kann sich natürlich noch einen Popschutz dazu holen. Außerdem in den Mikrofon integriert ist eine Unempfindlichkeit gegen elektromagnetische Störfelder. Ja, zum Beispiel, wenn ihr euer Handy neben euch liegen habt und es ruft jemand an oder ihr bekommt eine WhatsApp-Nachricht. Das kennt ihr dann, dann macht das nämlich bei Geräten, die nicht so etwas integriert haben. Hört man dann so ein Zzzz, Zzzz, Zzzz. Das hat man bei diesem Mikrofon nicht, das ist abgeschirmt, da passiert nichts. Ja, die Richtcharakteristik dieses Mikrofons bezeichnet man als Niere. Um euch das mal ein bisschen zu demonstrieren, gehe ich mal ein wenig um das Mikrofon herum. Denn reinsprechen soll man von oben in das Mikrofon. Wenn ich nun um das Mikrofon herum gehe, dann werdet ihr sehr schnell merken, dass ich entweder sehr leise werde oder halt nicht mehr so gut zu hören bin. Wenn ich wieder zurückgehe, dann bin ich wieder gut zu hören. Aber wenn ich auf die andere Seite gehe, oh ja, da höre ich mich wieder anders an. Und wenn ich dann mal von unten in das Mikrofon reinspreche, oh ja, wo ist denn der Nilsson geblieben? Und da ist er wieder. Ja, wie ihr merkt, die Richtcharakteristik Niere, ich muss da vorne reinsprechen, obendrauf. Und muss auch dicht am Mikrofon sein. Wenn wir das Ganze mal ausprobieren, ich bin jetzt direkt vom Mikrofon, naja, ich würde so sagen, fünf Zentimeter entfernt mit meinem Mund. Ich gehe mal ein Stück nach hinten. Jetzt bin ich ungefähr einen Meter entfernt vom Mikrofon. Jetzt bin ich ungefähr anderthalb Meter vom Mikrofon entfernt. Und jetzt bin ich zwei Meter vom Mikrofon entfernt. Ja, wie ihr merkt, umso weiter man vom Mikrofon weggeht, gut, das ist bei allen Mikrofonen meistens so, umso leiser bin ich. Aber das demonstriert auch, wie unempfindlich dieses Mikrofon ist. Das heißt, wenn eure Mutti ins Zimmer kommt, dann hört man die nicht mehr unbedingt. Was für Streamer natürlich sehr interessant ist, ist, wie laut hört man eine Tastatur, wie laut hört man Controller. Oder ich habe jetzt einfach mal eine mechanische Tastatur, Logitech G413, die ist nicht gerade leise. Und ich klacker da mal drauf los und dann werdet ihr hören, wie viel man davon hört. Ich haue da richtig drauf. Ein wenig ist es zu hören, aber ganz, ganz leise. Und ich benutze ja auch aktuell noch kein Noisegate oder sonst irgendwas. Also man hört es wirklich ganz, ganz wenig. Das hat was mit dieser Richtcharakteristik zu tun, denn es wird nur der Ton wirklich aufgenommen, der von oben reingeht. Und alles, was umrum ist, also unten an den Seiten, wird nur leise aufgenommen. Und das kann man dann sehr, sehr, sehr gut mit einem Noisegate rausfiltern. Für mich ist das Rode Procaster eins der besten Mikrofone, die man als Streamer und YouTuber benutzen kann. Einfach aus dem Grund, dass es halt so unempfindlich ist, dass es für Voice-Overs einfach super geeignet ist. Die Stimme kommt bei diesem Mikrofon sehr zum Einsatz beziehungsweise in den Vordergrund. Die Höhen werden ein bisschen verstärkt. Und das Ganze hört sich sehr natürlich an, ohne nun diesen typischen Brummton zu haben oder dieses Tiefe, was man halt aus Radiostimmen hört. Dafür habe ich mir zum Beispiel ein anderes Mikrofon geholt, denn ich möchte das Ganze steuern können, ob ich so ein bisschen mehr eine Radiostimme habe oder ob ich eine ganz klare Stimme habe. Dafür habe ich ein anderes Mikrofon jetzt hier. Aber wer das alles nicht mag und wirklich auf die natürliche Stimme setzen möchte, für den ist das Rode Procaster wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Mikrofon. Also ich kann es nur noch mal betonen. Ja, damit sind wir dann auch am Ende dieses Reviews angekommen. Ich habe euch das Rode Procaster vorgestellt, habe euch gezeigt, wie man da am besten reinspricht, wie sich das Mikrofon verhält, wenn ich von verschiedenen Seiten reinspreche beziehungsweise wenn ich einfach etwas weiter entfernt bin vom Mikro. Außerdem habt ihr gehört, wie empfindlich das Mikrofon ist, wenn ich andere Sachen tue, wie auf einer Tastatur rumklackern. Ja, und damit wisst ihr Bescheid. Ich kann das Mikrofon uneingeschränkt empfehlen. Habe es, wie gesagt, auch sehr, sehr lange selber eingesetzt. Setzt es immer noch ein, aber nicht mehr so aktiv. Super, super, super gutes Mikrofon. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch auf jeden Fall einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, Leute! See the word, see the word. See the word, look and run. See the word.